Ich habe positiv auf die Anfrage als Botschafter von Redi mitzumachen reagiert, weil ich selber weiß aus meiner eigenen Biografie, wie es wichtig ist, die ersten Lebensjahre in einer speziellen, ansprechenden, stimulierenden Umgebung zu erleben. Ich bin in verschiedenen Ländern groß geworden, auch in sehr vernachlässigten Gegenden und habe einfach gesehen, was das heißt für eine Kindheit und wie wichtig das für uns alle ist. So, im privaten Umfeld, auch beruflich, werde ich umzingelt von Leuten, die in pädagogischen oder sozialen oder künstlerischen Berufen unterwegs sind und da ist die Vereinbarkeit recht gut. Also die Leute haben unter anderem deswegen diese Berufe gewählt, weil sie familienkompatibler sind als andere, zum Beispiel in der Wirtschaft. Aber diese Leute sind auch beschäftigt oder konfrontiert damit, dass eben Kinder, die da in die Schule kommen, in den Kindergarten, so ganz unterschiedliche Startchancen haben, sprachliche Möglichkeiten haben, familiäre Betreuung oder Unterstützung haben. Also da sehe ich dann sehr wohl, wie nötig das ist, dass man sich engagiert. und dann können Sie die Freiheit sagen damit, warum man auch keinen Vielen Dank.